Ja, meine Freunde, erst mal wunderschön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Die Länderspielpause ist vorbei. Na, endlich. Ich muss sagen, natürlich, Länderspiele jetzt machen irgendwie wieder mehr Spaß kurz vor der EM. Vor allem mit den Ergebnissen, muss man ja auch so sagen. Frankreich, Niederlande, das war auf jeden Fall ein Erfolg. Man fiebert so ein bisschen auf die EM mit, aber ich glaube, ich spreche auch für viele Vereinsfans, es ist dann auch immer so, dass du dich schon danach sehnst, wieder den nächsten Spieltag zu haben. Und das ist jetzt wieder soweit. Unser nächster Spieltag gegen Wolfsburg nach der Pressekonferenz. Darüber sprechen wir hier und heute. Und ich hoffe, dass ihr euch auch ein Stück weit freut, dass es endlich wieder losgeht. Vielleicht das eher annimmt anstatt die letzten Spiele, denn die waren eben nicht so freudig. Und ich habe gerade schon gesehen, bei der Pressekonferenz im Chat, Junge, 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 wurde da diskutiert. Das war ja, ich würde sagen, leicht toxisch, die Jungs unterwegs. Eins sollten wir nie vergessen. Wir sind alle Werder-Fans und sollten uns viel eher gegenseitig unterstützen. Ich glaube, Meinungen sind dazu da, um die auszutauschen und nicht eben standfest an einer Sache zu beharren oder nur das zu sehen oder nur das, sondern vielleicht auch mal einen Mittelweg sehen. Aber ja, das auf jeden Fall mal so vorweg. Jetzt sprechen wir über die Pressekonferenz. Schreibt mir doch gerne mal schon mal eure Aufstellung unten rein. Wir haben einiges an Verletzte. Halleluja. Also Verletzungen plus Sperren, das wird eine harte Startelf, Freunde. Bin sehr gespannt, wen ihr da reinmacht. Lasst doch gerne schon mal ein Däumchen da oben da. Damit unterstützt ihr dieses Video total. Ich glaube, wir hatten lange schon keine 600 Likes für 6 Punkte mehr. Das sollten wir heute ändern. 600 Likes für 6 Punkte. Dann läuft es auch wieder. Das ist es nämlich. Und gerne ein Abo dalassen. Und dann sage ich einmal kurz viel Spaß mit dem Intro. Es wird einmal kurz laut. Der ist gut! Der ist gut! Wir haben gegen Feier gewonnen! Justin! Justin! Hi, Justin hier. Liebe Grüße an Riennikau, seine Community. Viel Spaß mit dem Video. So, und dann fangen wir doch einfach mal an, würde ich sagen, mit der Verletztenliste. Denn die ist echt bitter, meine Freunde. Da habe ich gerade eben auch echt gesagt, ach du Heilige, wir gehen mal durch. Wir gehen mal durch hier, durch den Parcours sozusagen. David Kovnatsky war klar, nach seiner Verletzung im Testspiel fällt er erstmal aus, auch was länger aus. Dann der erste richtige Schock, denn da gab es noch Hoffnung, dass er vielleicht fit wird. Ist nicht passiert. Weiterhin Probleme mit der Hüfte. Justin Jimmer fällt aus. Unser zuletzt treffsicherster Stürmer, treffsicherster Spieler im Allgemeinen. Wenn man sich mal unsere Spiele seit Anfang Februar anguckt bis jetzt, hat eigentlich offensiv nur ein Jimmer getroffen. Also von den Offensiven. Der fällt aus. Mit seinem neuen Marktwert von 9 Millionen. Extrem bitter. Das muss man einfach mal so sagen. Dann Jens Stey. Okay, Sperre, das wussten wir. Senelinen, Sperre. Auch das wussten wir. Aber auch das ist bitter. Mitchell Weiser, Sperre. Auch das wussten wir. Niklas Stark fällt leider weiter aus. Also wenn das keine Verletztenliste ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Halleluja, Freunde. Das ist aber richtig, richtig bitter. Eine positive Nachricht gibt es, ich würde sagen wir mal zwei, kann man glaube ich schon auch durchaus mal sagen. Zum einen Marco Friede ist wieder dabei und, wir haben schon einen Spoiler bekommen, wird anfangen. So hat es sich angehört. Wenn da heute und morgen nichts passiert, wird er anfangen. So hieß es. Und auch Amos Pieper ist dabei. Das ist auf jeden Fall mal, oder sind zumindest mal zwei freudige Nachrichten. Denn wir werden wieder unsere, ich sag mal ein Stück weit eingespieltere IV sehen. Natürlich jetzt nicht aus den letzten Wochen. Aber ja, ich merke gerade, ich hab hier die Lampe gar nicht an. Warum hat das denn hier keiner in den Chat geschrieben? Also ich würde mal sagen, jetzt kann man genau an der Stelle einfach mal sagen, Nico macht die Lampe an. So. Ha, Nico geht ein Licht auf. So, das ist doch gut. Ja, seht ihr. Ich könnte fast eine Alleinunterhaltung sein. Ich meine ja nur. So, okay. Wir machen weiter. Und das ist natürlich jetzt erstmal personell echt eine Wucht. Das heißt, wir müssen komplett umbauen. Ein komplett neues Mittelfeld. Wahrscheinlich haben wir eine neue Abwehr. Und im Sturm müssen wir umbauen. Das heißt, im Grunde genommen, das wird alles, aber keine eingespielte Truppe sein. Wir werden viele Leute haben, die entweder zurückkommen oder sich auf neuen Positionen vielleicht zeigen müssen, beweisen müssen. Wir werden Plätze frei haben, gerade in der Offensive. Ich gehe davon aus, dass man unseren Joel, Joel E. Maaßen, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ich habe keine Ahnung. Ich denke einfach Joel. Ich finde Joel ist ein geiler Name. Geiler Typ hier. Aus der U23. Schießt da so ein bisschen die Oberliga kaputt. Wird auf der Bank zumindest mal sein. Denke ich. Das ist eine Vermutung von mir. Steht nicht fest. Aber ich denke es auf jeden Fall. Denn, Kupnatski weg. Ein Gym mal weg. Bleiben. Ja, richtig. Doch, ich wollte mal. Das war es. Also, für ganz vorne haben wir keinen. Das heißt, macht schon Sinn, Joel zumindest mal mit reinzuholen ins Boot, um einfach eine offensive Option auch zu haben. Also, auch im Bereich, wenn du wechseln musst oder so. Zielspieler sowieso haben wir keinen. Muss man auch so sagen. Hansen hat gegen San Marino bei der U21 in Norwegen vorne im Sturm gespielt. Also, so hängende Spitze mäßig gemacht. War beim Doppelsturm gelistet. Hat auch sehr offensiv gespielt gehabt. War halt auch gegen San Marino. Man muss aber trotzdem sagen, das ist auch selber Norwegen. Trotz dessen, zwei Dinger gemacht. Vielleicht auch eine Option, offensiv ihn einzuwechseln. Haben da auch eine Nachricht bekommen. Und zwar, Hansen, keine Option von Anfang an. Hat Werner schon gesagt. Hat halt noch kein Pflichtspiel gemacht und so weiter auf Profiebene. Da muss man halt immer sagen, ich finde, das darfst du eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Also, als Trainer darf das nie ein Argument sein bei einem Spieler, den du trainierst, wo du dafür verantwortlich bist, ob er Profispiele macht oder nicht. Versteht ihr, was ich meine? So, du könntest das jetzt auch so lange sagen, bis sein Vertrag ausläuft. Und dann sagen, ja, der hatte halt nie ein Profispiel. Ja, warum denn nicht? Vielleicht auch mal einsetzen. Wenn man natürlich sagt, er hat noch keine Erfahrung auf dieser Ebene. Ja, da hat er natürlich vollkommen recht. So, aber die müssen wir ihm eben dann auch geben. Bei der Norwegen U21 hat es auf jeden Fall gut funktioniert. Man darf jetzt auch nicht immer, auch wenn er natürlich relativ klein und schmächtig wirkt, der ist technisch extrem gut und der ist auch nicht so leicht vom Ball zu trennen. Müsst ihr immer darauf achten. Also, wenn man da mal so guckt, wir machen jetzt mal einen ganz hohen Vergleich. Wenn man da nach Spanien guckt, so ein Pedri oder Gavi, die waren vor allen Dingen auch in ihren ersten Schritten körperlich jetzt keine Maschinen. Das sind sie heute auch nicht. Aber heute nochmal ein Stück stabiler, sage ich mal. Und trotzdem brauchen diese Jungs eben eine Chance. Oder auch Marco Reus damals, oder auch Hermann etc. Es gibt da viele Beispiele auch für. Oder Marco Marien, wenn wir mal nach uns, zu uns gucken. Oder auch Florian Wirtz, das ist auch nicht körperlich so. Dennoch, immer wohl bedacht, Isaac Hansen wird im August auch 20. Also, wir reden jetzt nicht von einem 15-Jährigen. Wir reden von jemandem, der dieses Jahr in wenigen Monaten 20 Jahre alt wird. Also, ja, ich glaube, dass wir leider allgemein irgendwie, wie soll ich das sagen, wir haben einfach das Talent dafür, dass, wenn wir junge Spiele auch haben oder man da so ein Stück weit Potenzial sieht, wir die, ich weiß nicht, ob wir Angst haben, die zu schnell zu verheizen. Das war damals auch mal anders, muss man wirklich sagen. Da muss man zum Beispiel sagen, das hatte Kohfeldt so ein Stück weit ja auch rausgehabt. Ich muss mich daran erinnern, wie schnell dann auch ein Sargent drin war, gespielt hat. Oder ein Eggestein, wie viel Vertrauen er bekommen hat. Also, ja, ich glaube, dass wir das eigentlich besser können, so auch junge Spieler schneller ranzuführen. Heute, beziehungsweise am Samstag ist vielleicht die Chance gekommen, denn durch die ganzen Ausfälle könnte Hansen zumindest mal per Einwechslung kommen. Dann bin ich sehr gespannt. Wenn er dann alle überzeugt, wird hundertprozentig überall in den Kommentaren stehen und überall als Frage kommen, hä, warum hat man die nicht schon früher spielen lassen? Na, tue mich da schwer mit aktuell. Ja, Naby Keita, auch da hatte man die Info gemacht oder auch schon rausgegeben, wird auch nicht von Anfang an spielen. Das heißt, wir haben wirklich die Startaufstellung total eingegrenzt. Naby Keita ist auch eher ein Kandidat zum Reinkommen. Testspiel ist halt nochmal was anderes als Pflichtspiel. Ungefähr so waren die Worte da von Ole Werner. Jetzt schauen wir erstmal auf den VfL Wolfsburg mit neuem Trainer. Ich habe mir die PK angeguckt. Das ist halt auch manchmal, das empfehle ich übrigens jedem, der einfach auch mal so allgemein Richtung Trainer schaut, wie ist das auf anderen Ebenen oder wie machen das andere Vereine und so weiter. Hasenhütte ist jetzt eine Woche da und sagt, komplett selbstsicher auch, also wenn man eine Woche trainiert hat, sollte man schon Veränderungen sehen. Der meinte das nicht als Gag, also nicht sarkastisch oder so, sondern er meinte das ernst. Und er hofft auch, dass man das beim Spiel schon sehen wird, dass man nach einer Woche schon Änderungen sieht. Wenn ein Trainer eine Woche mit einer Mannschaft hat, dann kann man da Änderungen auch schon vornehmen. Da dachte ich mir, krass. Also bei uns ist immer so das Gegenteil. Man schiebt alles auf die lange Bahn. Das braucht Zeit, das braucht Zeit, das braucht Zeit. Dann hast du bei Wolfsburg Riesen-Krisensituationen. Da sieht es aktuell viel schlechter aus sogar als bei uns. Dann kommt ein Trainer und sagt nach einer Woche, hier müssen die Änderungen schon da sein und die muss man auch schon sehen können. So, crazy. Also einfach von der, wie man es nach außen gibt, verstehe mich nicht falsch. So, ich glaube, so kann man es ganz human sagen. Ja, ich fand auf jeden Fall sehr, sehr spannend, die PK auch zu gucken von Hasenhütte. Bin sehr gespannt, wen wir da sehen werden bei Wolfsburg in der Startelf und auch wie Wolfsburg allgemein auftreten wird. Ich glaube, dass die sehr, sehr hoch pressen werden. Also die Pressmaschine wird, glaube ich, laufen. Und ich glaube, dass die Konter sehr schnell ausgespielt werden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Wolfsburg mit wenigen Stationen möglichst weit kommen will und dann eben direkt aufs Tor spielt. Also das heißt eben nicht nochmal abbricht, nochmal hintenrum, nochmal da rum, sondern gezielt aufs Tor und somit eben Werder mehr unter Druck bringen will. Meine Vermutung zumindest. Mal schauen, wie das dann eintreffen wird. Wolfsburgs Kader ist natürlich immer noch krass mit 226 Millionen, hat aber auch ein dickes Downgrade bekommen. Also ihr seht hier auch die ganzen roten Pfeile. Hier hat keiner einen Pfeil nach oben. Also keiner hat einen Upgrade bekommen. Alle haben einen Downgrade bekommen oder sind eben bei ihrem Marktwert geblieben. Der beste Schütze bei den Wolfsburgern ist Jonas Wind mit neun Toren, sechs Vorlagen, also 15 Scorer. Lovromeyer, vier Tore, vier Vorlagen. Übrigens auch am Ball extremst gut drauf. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass der starten wird. Technisch einfach, ja, einfach eine Maschine. Czerny auch mit drei Toren, Mele mit zwei und Lacroix ebenfalls mit zwei und eine Vorlage. So, das erstmal so zum Kader. Jetzt schauen wir mal auf die letzten Spiele vom VfL Wolfsburg. Und da sehen wir hier jetzt unser Spiel. Letzte Woche, beziehungsweise vor der Länderspielpause, 3-1 gegen Augsburg verloren. Das muss man sagen, da war die rote Karte sehr richtungsweisend. Wahrscheinlich eins der besseren Spiele sogar von Wolfsburg in den letzten Wochen. Trotz dessen, davor die Niederlage gegen Leverkusen, davor die Niederlage gegen Stuttgart, 3-2, davor ein Unentschieden gegen Frankfurt, ein Unentschieden gegen Dortmund, eine Niederlage gegen Union Berlin, ein Unentschieden gegen Hoffenheim, ein Unentschieden gegen Köln, ein Unentschieden gegen Heidenheim, ein Unentschieden gegen Mainz. Das war ein Testspiel und das war noch davor. So, das heißt, er gibt hier bei Wolfsburg den letzten fünf Spiel-Ranking, drei Niederlagen, zwei Unentschieden, Unentschieden Weltmeister, kann man auch ein Stück weit sagen, in der Rückrundtabelle sieht es gar nicht gut aus für die Wölfe. Und die treffen jetzt auf uns. Wir haben in den letzten fünf Spielen drei Niederlagen, ein Unentschieden, ein Sieg gehabt. Und wenn man jetzt das Testspiel bei uns noch mit reintut, dann haben wir eben vier Niederlagen, ein Unentschieden, ein Sieg in sechs Spielen. Ja, treffen aufeinander, fünf Punkte trennen uns. Für Wolfsburg ist es eigentlich die Chance, wieder so ein Stück weit nach oben zu rücken, von unten so ein bisschen Abstand zu gewinnen, mit 28 Punkten aufzuschließen, auf Werder. Werder auch vor allen Dingen wieder richtig mit reinzuziehen, je nachdem, wie die anderen dann spielen, kannst du auch, ja, könntest du im schlechtesten Fall bis auf Platz 13 direkt fallen. Und wie gesagt, Wolfsburg wäre dann dicht dran. Eventuell, je nachdem, wie Bochum spielt, sind die vielleicht auch noch näher dran wieder. Auf der anderen Seite ist es für Werder natürlich auch eine Riesenchance. Gewinnst du gegen Wolfsburg mit 33 Punkten, dann sieht die Messi ja schon wieder ganz anders aus. Hast du acht Punkte Abstand auf die Wölfe, das sieht erstmal top aus, könntest im Idealfall den Abstand auf Mainz, sagen wir mal, auf drei Punkte ausbauen. Wie gesagt, wir wissen ja jetzt nicht, wie die Mainzer spielen, aber ja, das wäre auf jeden Fall ein Sieg, der direkt wieder ganz viel kippen lässt, also direkt wieder auch sehr richtungsweisend ist, denn wenn wir auf die nächsten Spiele gucken, von Werder, dann sehen wir, das Programm wird jetzt nicht leichter. Danach geht es gegen Frankfurt, in Frankfurt, dann in Leverkusen, dann gegen Stuttgart und da muss man gucken, ob die Augsburger ihre Formstärke halten bis dahin, dann könnte auch Augsburg mega unangenehm sein, ist allgemein schon schwer in Augsburg, so, aber du hast halt eben nach den Wölfen erstmal drei Partien, wo es extrem schwierig wird, überhaupt Punkte mitzunehmen und wenn du gegen Wolfsburg verlieren solltest, dann hast du die vierte Niederlage in Folge mit Testspiel, fünfte Niederlage in Folge plus ein Unentschieden gegen Darmstadt und triffst auf Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart, dann könnten, wenn du hier in diesen drei Spielen keine Wände einläutest, wirklich die Alarmglocken absolut krass am Klingeln sein, da könnten wir am Ende davon sprechen, dass du eben sieben in der Bundesliga, sieben Niederlagen in Folge plus ein Unentschieden gegen Darmstadt, im schlimmsten Fall, wir gehen jetzt im Worst-Case-Szenario raus, so, aber dann ist auch, sag ich, dann wird auch alles umgekrempelt, ich glaube, dann fliegt auch Ole Werner, also wenn es in so eine Kategorie läuft, dann ist alles, dann wird es ganz, ganz kritisch. Ich hoffe aber, dass wir eben gegen Wolfsburg, und jetzt hört mir zu, was mein Gedanke ist, wie gesagt, ich bin immer ein Fan davon, beide Seiten zu sehen und über beide Seiten darf man auch sprechen, denn, so wie wir die eine Seite sehen, können wir auch in die andere Seite gucken, wenn wir gegen Wolfsburg gewinnen sollten, so, und ich finde, dass das absolut machbar ist, im eigenen Stadion, wenn du offensiv wirklich mutig agierst, direkt von Anfang an, die Wölfe unter Druck setzt, dort vielleicht sogar direkt ein Ding machst, ich glaube, dass du viel, viel den Wölfen dann wegnehmen kannst, direkt, weil eben, umso länger es 0-0 steht oder sogar Wolfsburg führt, umso mehr spielt das den in die Karten, weil der Kader kann eigentlich viel mehr, du musst die Verunsicherung nutzen, wenn wir aber gewinnen sollten gegen Wolfsburg und dann vielleicht mit einer breiten Brust, mit einer mutigen Brust in Frankfurt auftreten, da vielleicht einen Unentschieden holen, dann ist vielleicht alles möglich, versteht ihr, was ich meine, dann gehst du da ganz anders auch nach Leverkusen und nach Stuttgart, auch wenn das natürlich zwei Mannschaften sind, die spielerisch unglaublich gut sind, aber wenn du halt, sag ich mal, vier Punkte aus diesen vier Spielen holst und gegen Stuttgart und Leverkusen einfach nichts holen, weil es trotzdem ein gutes Spiel war, gehst du trotzdem anders rein in die Spiele gegen Augsburg, Gladbach, Leipzig und Bochum, als wenn du vier Niederlagen sammelst. Ja, ist natürlich jetzt, wie gesagt, viel Hätte, Wenn und Aber, viel Hin und Her Rechnerei, am Ende ist es eine super schwere Aufgabe und jetzt müssen wir es noch schwieriger machen im Grunde genommen, weil wir jetzt die Aufstellung bauen müssen und wie gesagt, mit den Verletzten, mit den Ausfällen wird das natürlich hier gar nicht leicht, aber wir bauen mal so, wie ich ungefähr denke. Also, wir haben ja schon gehört, Friedel wird wohl starten, das heißt, ich gehe davon aus, dass Friedel hier steht, dass Jung links daneben ist und dass dann eben Malatini rausgeht und Pipa hier steht. Ich glaube es einfach mal, dass wir diese Dreierkette sehen werden unter Ole Werner. Jetzt fängt es schon an, wer spielt im Mittelfeld, wer spielt vorne drin? Durch die Ausfälle vorne drin macht es mir ein Stück weit einfacher, ich denke, dass wir im 3-5-2 spielen werden. So, das heißt, ich gehe davon aus, dass Alvero hier hinkommt, dass Romano Schmid diese Position hier bekommt und links daneben rechne ich mit Bittencourt. Ich mache, wie gesagt, erst mal die Ausstellung, die ich glaube, die Ole Werner trifft. Mein Worst Case wäre das hier. Wenn das so im Mittelfeld kommt, verstehe ich die Welt nicht mehr. Dann frage ich mich auch wirklich, wem du wo Chancen geben willst oder inwieweit man sich wirklich weiterentwickeln will oder ob man immer nur den vermeintlich sicheren Stiefel spielen will. Aber ob das so erfolgsersprechend ist, das sehe ich nicht. Also da hoffe ich schwer auf Weiterentwicklung und baue jetzt mal so in der Hoffnung, dass das so ungefähr aussehen wird. So, Aru recht, das dürfte klar sein, den Mann links, auch das dürfte klar sein. Dann haben wir vorne nur noch zwei Positionen zu vergeben, das heißt, sie gehen mit Dux und mit Nick Woltemade. Diese Aufstellung, denke ich, werden wir sehen. Jetzt gibt es hier, muss man echt sagen, Dux Woltemade, dass das nicht funktioniert, haben wir schon oft gesehen. Das ist klar, das ist auch jetzt nicht groß anders, aber jetzt ist es so, wir haben auch keine großen Möglichkeiten. Ich sehe es nicht als Alternative, Joel E. Maaßen direkt in die Startelf zu tun. Da würde ich dann auch mich wirklich fragen, wenn das Leute fordern, warum fordert man dann nicht schon Hansen rein? Das wäre für mich die viel ehre Frage. Ja, sondern ich glaube, dass wir in diesem Spiel wirklich darüber kommen müssen, dass mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld kommt. Wirklich mehr aus dem Mittelfeld kommt, dass ein Woltemade hier immer wieder sich fallen lässt, Bälle hält und dann hier auf diesen Positionen eben rausgerückt werden kann, dass Woltemade die Bälle hier in die Tiefe spielen kann, weil das Mittelfeld eben mitgeht. So, bei Standards, Alvero nach vorne geht und so weiter und so fort. Dass man in so eine Kategorie eventuell das Ganze versucht zu gehen, weil Dux ist einfach kein Zielspieler. Jetzt kommt meine Idee dabei. Deswegen, weil ich sage, mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld, da muss einfach mehr passieren, halte ich Bittencourt für die falsche Lösung. Kämpferisch, kannst du ihn reinstellen. Ich denke auch, dass er spielen wird, aber wenn du wirklich mutig aufstellen willst, wäre mein Wunsch gewesen, Hansen hier reinzustellen. Hansen als Taktgeber, als sehr offensiv starker Spieler, als jemand, der technisch unfassbar genial drauf ist, ihm diese Chance zu geben, dort zu spielen. Das fände ich persönlich sehr, sehr geil, aber wie gesagt, wir wissen ja schon, dass Hansen nicht spielt. Deswegen, ich habe noch eine Sache, die ich gerne sehen wollen würde oder wo ich sage, da gibst du auch jemandem eine Chance mit. Und zwar, wenn du Woltzimade hier rüber schiebst, ja. Das heißt, wieder auf diese Art Achterposition spielst. Romano Schmid darf man ja auch nicht vergessen. Der führt um die 20 Zweikämpfe. Also der ist sehr, sehr zweikampfstark auch und diese zentrale Position ist wirklich ganz gut. Sollte man vielleicht auch mal überlegen, ihm die Standards schießen zu lassen. Weiß nicht, ihr habt es bestimmt gesehen, die Eckball-Kriege, aber ja gut, ich sage ja nur. Und dann gibst du einem anderen eine Chance, der auch schon mal eine Chance bekommen hat und zwar Leon Opitz. So, warum stelle ich jetzt Leon Opitz in Sturm? Jetzt werden viele sagen, Henning, gestorben, der hat bei uns Schiene gespielt. Ja, ist aber gelernter linker Flügel, also Flügelspieler auch. Und jetzt kommt's. Offensiv, wenn wir nach vorne marschieren, geht Leon Opitz hier in den Halbraum rein. Dux zieht in die Mitte, Romano Schmid zieht vor, wie er auch so häufig macht. Und Alvero und Woltzimade packen das Mittelfeld. So, das Gleiche auch, wenn Woltzimade geht, das heißt, den Woltzimade nach vorne zieht, dann lässt sich Romano fallen und dann steht eben Alvero und Schmid vorne. Das wäre für mich offensiv gedacht, das wäre für mich mutig gedacht, das wäre für mich auch jemandem eine Chance geben, wie eben Leon Opitz zum Beispiel. Leon Opitz kommt vor allen Dingen auch über Tempo, arbeitet sehr viel und schlägt viele Bälle rein. Könnte also auch ein Thema sein, dass wenn Opitz hier reinschlägt und die Bälle kommen, dass hier auf dem zweiten Pfosten vielleicht mal ein Woltzimade lauert oder auch ein Alvero mal rein marschiert. Man darf ja das Ganze nicht so statisch denken, dass immer alle genau auf dieser Position stehen. Ich glaube einfach nur, dass das auf jeden Fall eine Variante wäre. Am Ende bin ich selber sehr gespannt, was Sie für eine Aufstellung sehen werden. Es ist natürlich so, dass das überhaupt nicht eingespielt ist, auch nicht mit den Rückkehrern in der Innenverteidigung. Trotzdem habe ich da ein gutes Gefühl. Unser Problem sehe ich ganz klar in der Offensive. Da geht einfach nichts. Jetzt fällt auch noch der treffsicherste Stürmer aus mit Justin Jimmer. Und jetzt muss man sagen, wann hat Marvin Dux das letzte Mal getroffen? Für die Leute, die jetzt ja sagen, ja, da macht halt Dux die Dinger. Ja, Dux hat das letzte Mal getroffen hier gegen Mainz nach dem Geschenk, nach dem absoluten Geschenk von Mainz. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Tor. Und das war Anfang Februar, also dritter, zweiter. Nach dem Wochenende haben wir April. So, also haben wir jetzt Ende März. Das ist halt schon ein Stück weit her. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt auf eure Meinung, eure Aufstellung. Geh mal unten rein. Lass gerne nochmal ein Däumchen da oben da. Lass gerne ganz viel Liebe da. Ich bin raus, euer Nico und ciao. Ciao.